supi und selbst wenn wir alle öffnen und kommen keine legendäre raus dann haben wir trotzdem aber auf average weil ich glaube ich habe letztes mal zwei legendäre ja zwei legendäre rausbekommen oder sogar drei keine ahnung ok und nur lockt ja ja das heißt ich habe ich jetzt sind aber ich jetzt in warte mal kurz nie habe ich nicht aber mir fehlt noch ein anderer mörder ok und ein wollt ihr mich verarschen wollt ihr mich verarschen ich bin der glücklichste menschen universum oder was ist los alter jorge was ist da los hey guys thank you so much for watching i hope you enjoyed this video and feel free to leave me a comment of your best hearthstone pack i'd really appreciate it if you don't mind the german commentary you can also watch the full video visit my channel click the jayna button for my complete heartstone let's play or even subscribe that would help out a lot that's it for me and good luck drawing them legendaries